Kriechen da rum? Das ist unter mir, ne? Das ist scheiße, wenn man nichts sieht, ne? Das ist irgendwo unter mir. Überlad ihn, das deaktiviert das Signal. Da oben. Gehen hier erstmal weg. LDA-Dienstpläne, haben wir schon mal? Wir müssen nach oben. Das ging da irgendwie in der Mitte, ne? Hier. Generator 01. Ich geh nochmal hoch. Kann ja nie wissen. Vielleicht ist das ja jetzt voll. Oder frei. Ist noch höher. Ich muss meinen Vogel rufen wahrscheinlich. Ich möchte aber ungern. Kriechen da hinten rum. Da oben ist so einer. Wenn ich den jetzt rufe, ist der denn auch hier? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Fliegen wir! R5. Was ist hier, in der bathtub? Also, was ist jetzt? Wir müssen hier, da hinten rum. Und hier irgendwas. Der Vogel lässt sich gar nicht stören, ne? Ah, ich hab nicht aufgepasst. Mach, 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 mach. Oh, das war knapp. Geschafft. Ach, mach, mach, mach. Oh. Etor, nein! Wahoo! Ja! Gibt's hier kein Zeug? Hier gibt's kein Zeug. Das prange ich an. Vor allen Dingen der Name. Kerl! Wir bauen erst mal, ne? So. Taumelmunition. Siehste? Ich hab ja noch mal geschossen. Da. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal nach der Fährte, ne? Oh, die Zeit. Aber das müssen wir jetzt machen. Wo ist der Vogel? Vogel! Da ist noch mehr. Da wäre noch ein anderes Ding gewesen. Aber mein Inventar ist voll. Hier wäre noch so ein Ding gewesen. So ein Ding. Da lief auch einer mit rum, ne? Wo ist der Gummiadler hin? Ach, da ist er. Was macht denn der da? Der ist draußen. Das ist ein Ding. Ho, 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 ho. Das gibt's nicht. Ich hab ihn da nicht abgesetzt, Spiel. Ho, 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 ho. Es ist doch manchmal wirklich ein Witz. Du kannst doch gefälligst bei mir bleiben. Ich denke, wir haben eine tiefe Verbindung. Ja, wo ist sie jetzt? Ja! Nimm die Pferde auf. Hä? Ich sehe hier nichts. Ich fliege jetzt hier einmal rum. Ja. Da oben ist was. Ach, da! Da! Uah! Das wird wieder eine Doppelfolge, würde ich sagen. Und dann geht's ins Bettchen! Oh, 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 oh! Scheiße! Geh runter! Das war jetzt ein bisschen doof. Oh. Oh. Versteck dich nicht, Wunder. Du bist schön da, wo ich dich sehen kann. Letzte Position. Oh, diese. Gehen zum Armdruck. Wo ist jetzt wieder der Vogel? Da. Ach, scheiß doch. Ich wollte mir jetzt nur die Munition holen. Ich hänge wieder irgendwo. Ach, er hat die Fährte verloren. Hast du das gemeint? Wo ist denn jetzt der Dicke hier? Ich hänge wohl nie wenigstens. Da. 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 Ruhig, da. Ruhig. Edoa! Edoa! Wach auf! Öffne die Augen! Komm schon! Da! Es hat geklappt! Siehst du? Die Blüten öffnen sich, die Ginglor können wieder trinken. Bitte, ich... Was kann ich denn tun? Wo sollen wir hin? Hä? Was soll das denn jetzt? Versteht das wer? Ich verstehe das jetzt gerade wieder nicht. Ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Los, Carol! Ja. Laden und entsteig ab. Och, ist das ein Gefummel. Da ist der Dicke. Muni! Da ist Carol. Wo ist sie denn jetzt? Ich habe sie doch eben noch gesehen. Eben war sie hier noch. Ach da. Sie ist genau... Sie ist überhaupt nicht sauber. Wahoo! Ich verstehe nicht, warum das jetzt hier so ist. Wir haben die nicht eingenommen. Ja, ja! Dann war das Ganze sinnlos. So was mag der alte Mann ja, wenn er sinnlose Sachen machen darf. Das finde ich immer total cool. Nee, finde ich nicht. Das heißt, wir dürfen da noch mal hin. Ich glaube, das ist richtig, ne? Wir müssen da oben rauf. Auf dem. Ganz hohen. Ja, ja! Das machen wir noch. Und dann schauen wir mal. Ja! Uuuh! Ich habe Haar gedrückt. Habe ich nicht verstanden. Vor allen Dingen, es kommt immer alles verzögert. Ich habe schon lange drauf rumgedrückt. Fortgeschrittener Harnisch. Aber für mein... Für Carol tue ich alles. Alles. Welches ist denn das grundlegender, grundlegender, fortgeschrittener? Bevorzugte Futterarten-Ei. Ich sollte ihr ein Ei geben, wenn ich sie jetzt finde. Sie ist wieder weg. Was ist das hier? Geht doch! Wuhu! So, wir sollen zum Baum. Wir sollen da hinten hin. Wir sollen. Ich kann sie ja mal versuchen zu füttern. Die. Haben wir denn noch ein Ei? Mit C schalte ich um. Nee, wir haben kein Ei. Rebenpilz. Ich meine, die haben ja auch Zähne. Vielleicht mögen sie ja auch sowas. Ich hoffe, es gefällt ihr, Carol. Ja, ja! Wo sind die? Ich weiß nicht, ich höre die. Aber ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weil wir es können. So, fünf. Wo ist das Ding? Du sitzt natürlich wieder davor, Mädchen. Naja. So. Hopp, da. 600 Meter. Die sieht so komisch aus, die Plattform, ne? Ist das genau oben drauf? Das ist da oben drauf. Da. Wie der Gans oben drauf. So. Ah, da ist ein Taro-Setzli. Ich habe schon den Finger auf dem Landeknopf. Ne, ist wieder so eine Kosmetik. Der fällt hier noch runter. Also ganz cool gemacht. Mhm. Fortgeschnittener, schnittener, fortgeschnittener. Guck mal, wir haben wieder was Hübsches für dich. Ich mache das nur für dich, Mädchen. So, fortgeschritten. Für niemand anderen tun wir das. So. Jetzt bin ich auch gleich beim Baum, ne? Aber ich kann ja auch eine schnell Reise machen. Jetzt bei 44. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Spiel? Wir sind da. Ich würde gerne versuchen zu fliegen. Eines Tages. Ja. Also nichts als Nebel und Pilze. Gibt es das echt? Hab ich so gehört? Und ihre Hauptspotten lief in den Felsen versteckt. Fettes Fleisch und eine Frucht. Wir müssen Eier sammeln. Eier, wir brauchen Eier. Carol, mach Eier. Und dann nehmen wir noch ein... Ne, nehmen wir nicht. Wir nehmen ein Fisch. Feuerlauf. Hinterhalt. Mal gucken. Fisch mit Honig. Schmeckt bestimmt gut. Äh. Radioaktiver Honig. Würde ich sagen. Ich glaube, das verschnaboliere ich gleich mal. 100% Energie. Ich bin verstohlen. So. Wie viel haben wir denn jetzt im Essenkorb? Ja, einen haben wir frei. Gut. Du siehst gut aus. Ja. Danke. So. Jetzt machen wir aber Feierabend, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Also. Das war's. Vielen Dank.